Hallo und willkommen zurück zu NR-Production, hier ist Robi, wir spielen weiter mit Gage and Impact. Wir sind bei Part 140. Und, was machen wir heute? Erstmal die Ausrufezeichen weg. Wunderschön. Ein Haufen nichts Errungen schafft. Ah, das, was ich gestern nicht einsammeln konnte, der Vogel, ne? Jetzt. Keine Ahnung, wo es gestern hing. Triff einen fliegenden Adler mit Fein und Bogen. Aber ich konnte es gestern schön nicht einsammeln, die fünf. Ich glaube eigentlich 1200, 300, ah, fast eine Zehnerziehung schon drin. Da fehlt ein bisschen was, da fehlt auch. Naja. Ah, da haben wir fast zehn. Aber ich habe da nie Glück bei den. Bei den Ziehungen habe ich nie, nie Glück. So. Was machen wir heute? Das ist die Frage. Jelan. Wohl. Pes. Herder. Lupus. Aureus. Oder das. Da. Da haben wir schon mal die drei. Ui, haben wir noch so viel zu tun. Keine Strophe. Mach mal Jelan. Irgendwie Bock drauf. Hello. Dann gehen wir doch. Das geschmiedete hole ich mir doch. Äh. Wo? Tauchen die nicht? Täglich neu auf. Wunderschön. Was gibt's noch so? Von allem etwas, hä? Na ja. Sagen wir Jelan Hallo. Wieso ist... Ah, Erkundungsbelohnung. Ich dachte schon, warum es gerade geht. Direkt. Traveller. Bye, Mann. It's been a long time. Hello. Oh. Hey, Hoisin. Long time to see you. Fancy meeting you here. How's worked these days? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu. Better all the time. Das freut mich. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel constantly agitated. Ist etwas passiert? It's a long story. But my father. He's thinking of stepping down from the Tian Shu position. To the health issues. Huh? What's wrong with Uncle Tian? Ist er sehr krank? Nothing. Specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. Nicht gut. Gar nicht gut. He's always said. Old age. He comes for us all in the end. Still I just can't help but feel a little emotional. Watching it happen to him. Der stimmt. Anyway. My father is currently on the second floor of Yangcheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? Let's go. He seems very fond of you two. I'm sure chatting with you will make him very happy. Sure. Let's go. Let's go. Aber ist ja irgendwie woanders drin. Irgendwas was? Handvoll? Wertvolle Worte. Wertvolle Worte. Wertvolle Worte. Die aktuelle Krise, die den Hafen von Liu geheim besuchte, hat geschichtliches Interesse geweckt. Die Buchhandlung Wanwen hat als Folge einen Geschäftsaufschwung verzeichnen können und der Eigentümer Ji Fang ist geradezu überwältigt. Komisch. Es sind mehrere. Ach so, hilft Bücher zu verschicken? Machen wir doch. Was gibt es? Hier ist eine Bestellung bei Ji Fang. Der vierte Band der Rex Icognitus. Das ist eine Ewigkeit her. Warum hat das so lange gedauert? Mal sehen. Oh, eine Erstausgabe, kein Monat, dass es so lange gedauert hat. Und ich dachte, dass bei all den anderen Kunden Ji Fang meine Bestellung vergessen hat. Danke, dass du mir dieses Buch gebracht hast. Kein Problem. Da ist Onkel Tieren. Was kann ich für dich tun? Hier ist deine Bestellung bei Ji Fang. Wie jetzt? Oh, richtig. Ich habe in der Buchhandlung Wanwen ein Exemplar von Schrift vom Gleichgewicht bestellt. Ganz recht, ganz recht. Dieses Buch habe ich bestellt. Haha. Und ich dachte, dass bei all den anderen Kunden Ji Fang meine Bestellung vergessen hatte. Aber jetzt ist es ja da. Es ist auch gut gebunden. Ji Fang ist immer so gewissenhaft. Danke dir. Ich nehme es dann mal an mich. Jetzt habe ich erst freigeschaltet. Weil Onkel Tieren wieder frei ist. Onkel Tieren. Du bist free. Ich erstatte erst mal den Bericht. Ich glaube, dann ist die Zeitquest auch kurz durch. Und dann machen wir weiter mit den Jelan. Gleich Simado. Gefällt dir ein Buch? Hier ist die Kasse. Ich hätte gern ein paar Bücher, was sind die so? Habe ich schon alles gekauft? Yes Abenteuer, Erzählung Was die beiden Bücher betrifft Hast du sie zugestellt? Ja, habe ich Danke, danke der Unterstützung Unser langjährigen Kunden konnte die Buchhandlung gewannen Wenn all diese Zeit bestehen Und diese Kunden sind wirklich Bibliophil Noch nie gehört Sie werden sich über diese schönen Ausgaben freuen Bibliophil Vielen Dank für deine Hilfe, Reisende Bitte nimm dies als Lohn für deine Mühen Falls du je Bücher kaufen willst Komm einfach zu mir Perfekt Wunderschön So, aber jetzt Weiter geht's In die zweite Etage Hey Bin ich zu schnell gewesen Fürs Gelände Unckel Tien Unckel Tien Wir sind hier mit dir Oh? Haha, was ein schönes Überraschung Willkommen Hoishi Hört sich Schee an. Wir machen uns mehr Sorgen um deine Gesundheit, Onkel Tian. Ist das komisch? Ich bin noch immer sehr gut, wie die Tianshu heute. Aber ich möchte die Position weitergehen, bevor meine mentalität beginnt zu verlassen. Wie schwierig ist es für die Tianshu Position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liu Wei Qixing. Okay. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So a public selection process would not be suitable. Also müssen wir im Schatten agieren. Wie kleine Ninjas. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces. So we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. For these reasons, the incompetent Tianshu typically recommends their candidate of choice. And this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone and then Lady Qixing, Lady Ming Wang and the other Qixing appoint them? Sit close. Correct. Unfortunately due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however. Because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. So is she lang gemeint? Oh? Who is it? Wird sie Tianshu? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. Hello. It's Tianshu! Jackpot. Uncle Tianshu here asked me to assess three candidates for him. Ach so. Ich dachte, sie wird selber Tianshu. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. Hm. What do you think? Das ist eine gute Gelegenheit. Haiman thinks so, too. It can't be a bad thing to be on good terms with the new Qixing, right? Alright, then. Though, I gotta say, Uncle Tian. You say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety, too. Don't you think I might make a good Tianshu? Ooh. Huh? Yei Lan, you want to be the next Tianshu? Hm, I'm not opposed to the idea. But I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal? Well, you guys, take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment. This runs on the house. Haha. Kurz gekauft, or was? You're all set? See, see. We're ready. Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy is gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian has passed his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended three candidates. Their names are Qianwei, Mingbo, and Zhui Yi. Qianwei is a wealthy entrepreneur. Mingboa works at the Liu Wei Ministry of Civil Affairs. And Zhui Yi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yui Hai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingboa, Zhui Yi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yui Hai Pavilion. Alright. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. That's a good one. Got it. We'll keep my eyes wide open. Lass mich kurz die Lilien mitnehmen. Die schönen Glas-Lilien. Kann ich mich da hoch teleportieren? Ja. Mach mal von hier. Fliegt sich's besser. falsche knöpfchen ein haufe von nichts hier hier sind immer ein bisschen glaslinien und ding mit und du bist durchgefallen wenn du schon so meckerst du bist schon mal nicht dabei also die beiden linken haben schon mal bonus punkte chien wait that was a bit uncalled for and mingboa cut him some slack we've all been standing around for a while it's natural to be getting irritable look how about this there's no rule saying we're obliged to stand up while we wait so why don't we borrow some chairs from the guild the best quality chairs to be sure but under the circumstances it would be better than nothing also jian way du bist raus die drei über die wir gesprochen haben sind also mhm we'll meet them formally soon before that let me run you through the assessment process i've put it into two stages current affairs and planning and face to face interview in the first stage candidates are required to submit a manifesto for lee was development in the second stage we will ask them some questions in person writing a manifesto takes time so i informed them of this requirement in advance these are the reports they submitted wow one of them is really thick it's also worth mentioning a stipulation i gave them whoever is appointed as the new tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto failing the occurrence of some cataclysmic event they will not be permitted to change their plan therefore these three piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues okay there's still some time have a skin through get a first impression of what each person's proposing i'll be waiting off to the side just let me know wenn ich runter gefallen hat das so weh getan ein bisschen bambus noch mit so da haben wir alles hier da kann man noch ein bisschen was mitnehmen ich brauche eine glaslinien alles meins mingos plan umfasst alle aspekte der inneren angelegenheiten und das lebensunterhalt der menschen wahlstand ist immer mit gemein sind verbunden das scheint mingos philosophie zu sein schies plan umfasst verschiedene aspekte darunter innerstaatliche angelegenheiten auswärtige angelegenheiten und korruptionsbekämpfung sein plan ist sehr detailliert er befasst sich offensichtlich mit dem kernpunkt problemlösung wobei er kurz gefasst und klare lösungsvorschläge für verschiedene probleme macht dass ein plan wirklich sehr viele seiten hat kann man ihn nur einfach überfliegen kianwei hat in seinem plan viel über geschäftliche sache geschrieben viele ansichten sind umfassend und tiefgründig regeln und interesse sind untrennbar miteinander verbunden abhasen sch fum schwarzer 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 die schwarzer die bemerkt alle Was ist deine Meinung, Yelan? Ich habe den schon ausgeschlossen. Der geht mich schon auf den Sack. Ich würde ihn direkt rausschmeißen. So sieht's aus, Palmon. Schlag ihn ins Gesicht. Es war nicht als persönliche Slecht gegen jemanden in particular. Ich habe einfach ein Fakt gesagt. Hast du das von der Fürstin der stehenden Wolken und... Cloud Retainer? Du kennst diesen Adeptus? Oh, ja. Ich erinnere mich jetzt. Du musst die Reise, die Leute über die Leute immer über die Rede sprechen. So sieht's aus. Mit deiner Stirling-Reputation, musst du ein respektvolles Level von Eredition haben. Vielleicht kannst du die Konzepte verstehen, die ich vorgelegt habe. Äh, obwohl ich nicht meine Hoffnung hätte. Nein, du bist auf jeden Fall durchgefallen. Oh, ist es mein Geist? Ja. Bitte, introduce dich. Ich bin Ming Buo. Ich arbeite in der Ministry of Civil Affairs. Ich arbeite da für neige Jahre, fünf Monate, und drei Tage. In that time, I've handled, äh, 2347 cases. Der ist mir ein bisschen zu nervös, für so einen Posten. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, äh, 16 days. My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, äh, auditing the accounts. To be more precise, there are three parts to the accounts, namely... Uh, is it just Paulineon, or is he not very good at public speaking? Yep. You know what? Let's leave the self-introduction there, and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Hello. Haha, not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away, and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Eine unerbittliche Frage. Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places. Talk to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions, depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the U.A. High Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Hmm. Hmm, nice answer. Alright, next question. Jetzt hau rein. Hast du schon vorbei? Er scheint wie ein großartiger Mann. Alles, was er gesagt hat, war sehr glaubwürdig und logisch. Und er war nur ein Freude, zu hören. Mir gefällt alle drei nicht. Aber wenn ich einen nehmen müsste, dann den nervösen. Weil der kam mir zu... Wie soll man am besten sagen? Zu normal rüber. Dafür, dass er es um so eine hohe Position geht. Nicht nervös. Auf alles eine Antwort. Wissen. Hä? Er ist eine hohe Post. Er ist ein Ver seat, von anderen Menschen. Meng-Buo ist mehr tiefer und Alau KZE. Er ist stark und verenswert. Er ist vielmystig in seiner Arbeit. Er ist sehr.. Schnellig am detail-orientiert. Aber er und Shenwei sind außerhalb anderen. Meng-Buo ist nicht sehr Artikel, und er kommt als sehr tasein für die Gespräche. Das ist perfekt. Pai Man kann nicht mehr reagieren. Du bist gut, Yei-Wang. Nächster, aber nicht zuletzt, Jur E. Sein Manifesto ist voll von bestimmten Details. Seine Methodologie ist klart. Seine Projekte über eine breite Reihe, das ist ziemlich schwer. Der Ausdruck, den er in jeder und jede und jede Bereich, bedeutet, dass es nur ein Produkt von schrecklichen Arbeit ist. plus he is modest and good dealing with people but what really interests me is that many of his views happened to coincide with uncle tians having someone like jury take the position would certainly put uncle tians mind at rest let's go back and report to uncle tian let's go aber irgendwas stimmt da nicht das kommt mir suspekt vor ganz ganz spekt und gut ja ich komme die infos geben oder ich wollte nichts sagen wenn ich dir die liste von kandidaten für die Angst zu verletzten, aber ich kann euch jetzt sagen diese drei kandidaten haben alle studiert unter mir in der Vergangenheit es nur natürlich, dass sie ein paar similaren mit mir aber chien wei ging um zu fokussieren auf seine business und ming buo hat immer mit seinem werk in der ministerie der civilen affaires von all of them, jiri war mit mir für die lange dauern wow so how did you get to know them all uncle tian chien wei was referred to me by an old friend ming buo came to my attention in the course of my work okay as for a jury as for a jury that was pure happenstance we first met while fishing gradually as we got to know each other we started discussing all sort of topics jury came from a poor family and his parents died when he was very young but he was a gifted student and a fast learner das ist immer gut für auswürdig lernen zack 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 he reminded me of a younger version of myself so i started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on oder sogar eher wie familie das stimmt leider das stimmt leider oh uncle tian you still seem in pretty good shape to me you might have another few years of work left in you don't you think oh you there's really no need to console me having less energy than i used to isn't a such a bad thing it just means i finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing angeln going fishing whenever i feel like it sounds like you sure love fishing uncle tian there's nothing quite like fishing to pass the time and freshly caught fish they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required nicht schlecht fresh fish soup mmmm sounds tasty ja palm und ich weiß doch doesn't it also some time ago jury purchased a very special recipe from an old fisherman when we been fishing recently jury always brings some extra ingredients he prepared in advance the addition of these makes the soup taste even more wonderful that flavor makes for a fond memory but at my age who knows how many more chances i have left to taste it again bestimmt noch sehr 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 viele oh can paimon come next time too paimon really wants to try it let's get back to the matter at hand uncle tian we've reported back do you have a verdict mmhm i appointed you as the assessment officer and i trust your judgment had you not asked me why jury's ideas were so similar to mine i was not going to mention my history with any of them this decision must be guided by what is fair and right please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities you must be thorough understood come on let's go talk somewhere else let's go bye bye uncle tian look after yourself so it's gonna be jury right his manifesto was written well and he's the best speaker easy let's not rush there's no time limit for this assessment huh so are you gonna give them more tests or something hört sich gut an bomben wie die voll no nothing like that the assessment itself is complete but let me give you a word of advice things are not always as they appear the biggest no no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves the truth is almost always hidden beneath many layers of deception you have to get information through many different channels that's heist here stimmt irgendwas nicht that's ne vorwarnung for example wen yuen shanghua yes ninjas lady yelan what are your orders who are they where did they come from did they scare you these two are wen yuen and shanghua they work for me as my trusted assistants they are always standing guard nearby they also perform various assignments as required shanghua is a business expert who gets his information by trading wen yuen relies on word of mouth and there's also upe who's not here right now that meathead must have been out there on sea surveillance for some time now is he all right i seem to remember that he can't swim nothing can take that guy down certainly not a little wind and waves shanghua visit all the commerce guilds and look into chien wei's background wen yuen go to the ministry of civil affairs and look through ming buo's work files yes ma'am um so what about jury 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 well obviously as the most promising candidate we will be investigating him ourselves oh let's go to the docks first lots of people passing through there you can find out all kinds of things if we're looking for information why don't we try talking to boulay the owner of one new boutique he does business at the north wharf maybe he has some news for us hmm that's actually not a bad idea let's go and ask him he is not so surprised if the palm of one a good idea bring he arme palm of one the direction the direction the 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 Das ist der einzige beste Batch von Sunseti. Du findest nicht jemanden, der das diskutiert. Ich habe einen in eine Welle und sogar das Wasser wurde süß. Auch so. Okay, okay. Ich werde dir ein kleines Geheimnis geben lassen. Der Boss des zweiten Lebens möchte auch von mir kaufen, aber ich habe noch nicht antworten. Wenn du sie nicht nehmen möchtest, werde ich nur mit ihnen partnern. Und keine von uns will das. Okay, also wenn du es so sagen möchtest, werde ich deinen Bewertungspreis akzeptieren. Ich nehme alle deine Steine. Nicht einen einzigen zu zweitem Leben verkaufen. Gleich so gierig. Die soll doch nicht übertreiben hier. Ich habe viel von denen in meiner Tasche. Ich habe bestimmt 6, 7, 800. Okay. Okay. Oh, weiß ich nicht. Jetzt hört sich alles zu perfekt und zu gut an. Das hört sich alles zu gut an. Warum fragst du ihn? Du bist auch nicht für einen Anbassadort, oder? Du bist? In diesem Fall, der höheren Geheimnis nimmt die... Hm? Ah. Das ist Gerhard da oben. Warum gehen wir mit ihm? Woher? 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 Machst du sich an die Tochter ran? Machst du dich an die Tochter ran? Und hey! 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 Ich verstehe. Let's gehen und reden. So? Ich verstehe. Ich verstehe. Sie verstehe. Wir verstehen. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir verstehen unsere Shopke sehr gut. ich bin jetzt wie ein ninja gefährlich die truth ist ein old friend of mine likes to have a drink now and then he fans is himself as a man of culture but doesn't care for needless extravaganza so i thought i might buy him a set of high quality also ich nicht zu nahe hingehen aber es ist nicht die tochter die noch eine andere stimme jetzt nur die gleiche kleidung und sie sich auch hier wo der wohl hingeht irgendwann stimmt da nicht es wird es nur du machen palmer ich würde sofort ja sagen auch palmer ist sofort geklärt wie schnell du einfach die seiten wechselst das ist auf der anderen seite dann erstmal hier die 20 können wir auch gleich abholen noch problem vielen dank wird alles angenommen das wäre leicht für 20 jetzt bin ich gespannt wieder 1 kann aber nichts kaufen schade lupus aureus animula schuragi alles war hier furina muss ich machen dann bin ich freischalten wir möchten dich nach jemanden fragen sie ist eine meisterin ja ich habe einige freundschaften die all over the place and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him apparently he had a rather tough time growing up had to work several jobs alongside his studies to make ends meet how does that saying go what doesn't kill you makes you stronger well if there's anything to that logic he's sure to be phenomenally successful one day yeah we think so too but i'm afraid your anglers association might be in for disappointment who's up why is that he's good at a lot of things but fishing isn't one of them he fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion his catches are always mediocre not terrible but equally nothing to write home about if you looking to recruit some new members though i do know a few top anglers i could put you in touch with that sounds fantastic i've got a couple of other things to attend to right now though so why don't i come back some other time and we can chat over a drink oh sure thing see you what do i do everywhere they go they meet someone who's heard of him hmm come on let's keep asking around here to buy some fish it's three hundred for one or three for one thousand hey it's so teurer geworden you better hurry when they're gone they're gone hello we're from the society for fish price research we just like to ask a few questions wow she switched identity again society for fish price research i haven't done anything illegal stay out of my business please don't worry we're just here to conduct a simple survey we've heard about a certain jury who's been selling fresh fish at low prices in this area recently do you know anything about this so this isn't about me you should have said something you know i know the guy i could tell you what i know i haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices but it wouldn't surprise me if it was him oh what is that because he's so poor his parents died when he was a very young and his alcoholic father still owed a huge amount of debt no one wanted anything to do with him he was still a kid when he first came to the wharf his clothes were ragged and he had a bandage wrapped around his head and he managed to survive thanks to uncle tien who gave him some food but still to this day he doesn't have a lot of mora to his name i mean he can afford to eat and everything but you'll often see him haggling with others over just a few mora so i wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish okay it's not like he catches much anyway so it's not going to affect my business don't don't tell him i said that you'd rather he didn't know well i spoke to him once briefly and i just had a feeling that he really cares what other people think of him ah and that's why the Gerüchte and that's why you know him i think he has pretty low self esteem but hey it's hardly my place to say anything what he's achieved already puts most people to shame and nobody's perfect i just wouldn't want to upset him that's all i see well thank you for sharing that with us not a problem and just for the record there's absolutely nothing wrong with the price of my fish do the more times you say it the less convincing it becomes hmm doesn't have a lot of mora to his name ok wen fuck me now auch nicht auch nicht oh maschine what brings you to me the truth is we are but newcomers to this territory we heard tell of a great martial artist master doogu who knows everything there is to know hence we sought you out to ask for your guidance really people said i know everything there is to know but of course we also heard that master doogu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions great so what do you wish to know nothing happens on this street that i don't know about the two schools the two schools alsoим so master doogu have you heard of one by the name of jury sure Ja. Das heißt, den Mann, den alle die Kinder sprechen über diese Tage? Ja. Ich habe viele Geschichte von Jury gehört. Zum Beispiel... Um... Oh... Ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich, weil es nicht so wichtig ist. Ich mag die Geschichte über die Schmerzen der Schmerzen! Oh, das kann ich komplett verstehen. Dann lass mich das fragen. Oh, das ist auch suspicious. Alle Gerüchte auf einmal und erst vor zwei, drei Monaten. Also, ich bin glücklich, dass die Leute ihn jetzt anfangen. Just wie ich dachte. Huh? Was bedeutet das? Ich meine... Just wie ich dachte... Master Dugu ist tatsächlich so nett und virtuell als die Lägen. Komm, Jelan, du Lüge. Baron. Eher, dass die bezahlt wurden. Schmerzen. Schmerzen. Also, das nächste Mal, wenn ich sie sehen... Ich sage Hallo. Und... Ich glaube, dass ich mit ihnen auch ein paar Schmerzen kann mit ihnen. Oh. Natürlich. Du kannst auch sagen meinen Freundin in Yanshan-Tea-Haus über das, was sie sind. Ich bin sicher, dass mein Freund auch gerne sagen würde... Hi. zu ihnen. Danke, Frau. Du bist willkommen. Gut, dann. Gut, dann. Geht euch gut, Herr Dugu. Gut, dann. Gut, dann. Gut, dann. Gut, dann. Das hört man ja nicht? Ja. Geht? Was ist das extraher was? Geh, sieht aus, ist so eine großartige Reputation. Herr Sohn und Herr Gass älten wenn ihn sehr gut gut ist. Und Dugu Schwarz létt ihm auch. Ja. Aber das Problem ist, von wo er der Zudden-Celebrität kommt? Zudden? Zu gut sein zu sein? Was bedeutet das? Also er hat die Kruelte mit Kindheit zurückgebracht und musste arbeiten, um seine Studierungen zu unterstützen. Das sind die Dinge, die jemanden bekannt ist, in ihrer Stadt. Aber Uncle Soon hat gesagt, dass auch seine Freunde, die weit entfernt und weit entfernt, hören über ihn, wo sie gehen. Das ist ein bisschen über den Kopf, wenn du mich fragen. Mhm. Erinnerst du, was Dugu Shuo über Jure Is' Storien gesagt hat? Wahrscheinlich haben sie ihn mit einer guten Impression des Mannes. Aber außerhalb war er nicht in den Details interessiert. Das ist die Reaktion, die ich von einer normalen Person erwartet hätte. Plus, es gibt das Fakt, dass all diese Jure Is nur in den letzten zwei oder drei Monaten passiert. Machst die nächste, dann Liwei. Er spricht sich halt in Etappen herum und nicht alles sofort auf einmal. Seine Kindheit, seine Studierungen, die Sache mit seinem Nachhinein. None von diesen sind eventos recentes. Also, warum sind diese Storien nur gerade jetzt? Wenn du das so, ist es ziemlich strange. Natürlich, wenn das alles es gab, würde ich es nicht mehr weiter schauen. Aber? Aber? Jure Is' Storien wurde in einer pooren Familie geboren. Die Leute, um seine Storien rauszukommen, ist in den Regeln des Spiels, so wie ich bin. Ah, ein Schlückle. Mündle befeuchten. Das Problem ist... Erinnerst du, was Onkel Gao über ihn gesagt hat? Er hat sein gesamtes Leben geblieben. Alles, was er erholt hat, hat er entzündet, auf studieren, zu reisen oder zu bezahlen. Ich glaube nicht, er hat die Mordung, um eine Publikationskampagne zu bezahlen. Jemand muss ihm geholfen haben. Und ich habe das Gefühl, jemand ist shady. Genau. Und das ändert alles. Es kann sein, dass eine kraftvolle Faktion versucht, um die Influenz auf der Liu at Xixing zu gewinnen. Das ist das Schlimmste-Szenario. Aber zu oft ist das die größte Pessimistische Spekulation der Wahrheit der Wahrheit. Jemand versucht, um die Influenz auf der Xixing zu gewinnen? Das klingt ernsthaft. Was müssen wir tun? Nein! Selbst wenn wir von Jury über ihn gefragt haben, sicherlich ist es nicht so, dass er es anzündet hat. Zuerst müssen wir wissen, wer ihn unterstützt. Keine Worte, ich habe einen Plan. Erinnerst du die aktuelle Faktoren- und Planungstage der Anzahl? Seitdem der erfolgreichste Kandidatin ist, um ihre Plan zu ermöglichen, nach dem Ausgleich zu machen, seine Manifesto zeigt uns, dass sie wichtig sind. und die wichtigste Kandidaten sind. Wer sich secretlich hilft, Jury, muss sich, um seine Aktionen zu benötigen. Also, wir sollten ein paar Hinten finden, in Jury's Manifesto zu finden, wer wir mit uns beschäftigen. Jetzt bin ich gespannt. Komm, wir gehen zurück zur Yanshan Tea House. Attacke! Einmal hier hoch. Wir gehen hier hö-hö-hö-hö-hö-hö-hö-hö. Immer müde hier. Katastrophe. Und Paimon kann ich lesen, warum haben wir es nicht durch drei geteilt? Jetzt bin ich gespannt. Siehe Kapitel mehr. Das mehr ist in den letzten Jahren aufgrund einer Reihe von Faktoren stürmischer geworden. Es werden spezielle Patrouillen vorgeschlagen, um die verschiedenen See ungehörtes bekämpfen. Die Flottenaufstellung ist eine knappe Darstellung der verschiedenen Aspekte der Seeverteidigung. Felsen. Es gibt viele Volkssagen. Etwas, das Rex Lapis in einem Reichtum in den Bergen von Liebe verloren hat. Aufgrund von Hindernissen, die den Abbau an der großen Kluft behindern, wurden jedoch viele Projekte abgesagt. Die Arbeiter der Schwarzsteinschmiede warten schon seit langem in der Nähe der Goldstube. Sobald es einen geeigneten Auftrag gibt, sollten sie ihn zuerst bekommen. Ein kurzer Bericht über die verschiedenen Themen in Zusammenhang mit dem Bergbau, dem Bau von Tunneln, der Erforschung von Ruinen. Also das mit den Felsen finde ich komisch. Wie soll der einen bevorzugen? Eine Schmiede. Siehe Kapitel Straße. Aufgrund des bergigen Geländes des Huaguang-Steinwaldes und dem Kinyung-Gipfel ist das Gebiet verkehrstechnisch schlecht angebunden. Die Gipfel sind nur durch Hängebrücken verbunden, die für den Menschen gefährlich und für den Transport von Gütern noch ungeeigneter sind. Das Gebiet ist reich an Heilkräutern und Erzen. Und es wäre für alle eine große Freude, wenn es eine Umgehungsstraße um den Berg herum gäbe. Ein kurzer Bericht über den Plan der Brücke zu bauen, um die Straßen zu befestigen. Ich kann nicht weiterlesen. Oh, dieses Liedsatz gibt Pime einen Kopfschmerzen. Oh, lass uns einen Freude nehmen. Hm. Hm. Oh, hey! Es ist einer von Yei-Lan's kleinen Helfer. Xiong-Hua! Wenn du zurück bist, das bedeutet... Das bedeutet, dass du mit dem Kien-Wei beschäftigst. Ja? Ja? Ich bin sicher. Ich besuchte all die Kommerz-Gilden und verabschiede eine Menge Informationen. Every time, sie fragten mich, aber ich hatte immer noch ein Trick auf meine Schmerzen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja, Frau Eil-Lan. Um zu erklären, die meisten Menschen mit dem Kien-Wei zu sagen, werden mit dem Kien-Wei zu sagen, über wie stolz und sehr stolz erraten er ist, aber dann gehen sie weiter zu geben, ein sehr positives Appraisal zu ihm. Der junge Master der Feiyun-Kommers-Gild sagt, dass Kien-Wei zu sagen, aber sehr schrecklich in der Weise erraten. Wenn er eine Konkarte mit jemandem zu machen, dann sie rechtfertigen sie, Das ist nicht schlecht. Ist es möglich, dass seine Reputation falsch ist? Kannst du die Accounts des Geschäfts unter seinem Namen beobachten? In Wahrheit sollte das sehr schwierig sein. Aber hier ist die Sache. Ich habe gefragt und herausgefunden, dass fast alle von Chien Weihs Accounts aufbauen sind. Wo er auskauft und verkauft, sollte eine konfidentale Geschäftsinformation sein. Aber er scheint nicht zu interessiert, dass er es überhaupt nicht beschädigt hat. Nicht schlecht. Chien Weih sieht oft Business-Opportunities, die andere nicht. Aber wenn er genug Mora ausmacht hat, ist es so, dass er es krank ist und er rauskommt. Es ist so, dass er Menschen wissen will, dass sie ihn noch nicht beobachten können, auch wenn er alle seine Geräte beobachtet hat. Das Fakt, dass jemand so etwas Mora machen kann, ist ziemlich infuriating, wenn du es denkst. Was ein kranker Mann. Es ist so, dass er nicht Business macht, um Mora zu machen, aber außerdem... Respekt. Stolz. Ihm gefällt die Aufmerksamkeit. Ja. 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 Schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ja. 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 Ja werd gestellt. Brauch. Was ist das? Das ist von der Lüge, oder wie? Ein lange Zeit, mit der Ziching-Küribe, ein Team von der Ziching machte eine Exploratoren excavation. Also, haben sie noch ein Trezger gefunden? Nein. Der Ruin war komplett nicht verletzbar. Die einzige Möglichkeit, die durch die Zolle-Küribe hätte, wäre es durch die Zolle-Küribe zu öffnen, mit einem speziellen Art von Explosiv. Die Technologie nicht genug genug war, also der Ziching-Küribe wurde geöffnet, und der Trezger wurde eine nur legend. Jura Ii's Manifesto fokussiert auf den Problemen zu lösen. Und dieser Treasurerhund sieht extrem riskierend. Er sieht aus dem Weg mit dem Rest seiner Pläne. Aber trotzdem, dieser einzige Fakt selbst nicht sagt uns viel. Jeder will ihre Hände auf diesem Treasurer. Die Treasurer, die Patui, sogar die lokale Liwa-Faktionen. Hast du irgendwas gefunden? Excavation? Projekt? Treasurer? Haben wir irgendwas ähnliches in unserer Hälfte des Manifestos gelesen? Oh ja! Jura Ii sagte, die Blackcliff-Forge-Werker sollten eine erste Befugung bekommen, wenn irgendwelche notwendigen Projekte entstehen. Sehr wahrscheinlich. Nee? Okay. Wie ist es, wie es es wert ist, zu machen, so viele resources zu machen in ein rischioliches Projekt wie dieses? Ansonsten, denn die clues sind auf der Blackcliff-Forge-Werker, müssen wir schauen, wo sie gehen. Wir lassen, dass wir irgendwo noch finden. Wir können wahrscheinlich etwas neu finden. Chen Wei und Ming-Bok both sind völlig anders aus als das wir denken! Und wie geht es Jury? Hat er auch noch einen anderen Seite? gleich da habe ich irgendwie doch zweiter weg also weg ich muss durch okay das ist die Blackcliffe Forge Sieht irgendwie verlassen aus. Nichts zu dokumentieren, nichts zu dokumentieren, Zahltag. Drei neue Mitarbeiter sind hinzugekommen. Ich hatte nicht erwartet, dass neue Leute kommen würden. Einer der Neulinge ist so geschickt, dass er zum Teamletter befordert wurde. Nichts zu dokumentieren. Oh. Hmm. Genau, wir kriegen den Schatz. Da ist zu. Entschuldigung, wir wollen dir über die Neukomers fragen. Wollt ihr sie dir etwas zeigen? Ich muss sagen, diese Neukomers sind in tipptopp Form. Fast-Lehrer auch. Sie holen alle die Fähigkeiten unglaublich schnell. Mein einzig Entschuldigung ist, dass sie immer nach Nacht trinken gehen. Aber sie lassen sie uns nicht zusammen. Ich glaube, sie brauchen nur Zeit, um zu adjustieren. Ich bin sicher, dass wir uns über Zeit kennen. So, jetzt sah es aus, oder? Die gehen irgendwo in die Nähe mit einem Bierchen? Nee, die gehen nicht trinken. Hey, ihr seid nur noch einmal jung, oder? Ich sage, wenn sie es hacken können, lasst sie es an. Ich verstehe. Interessant. Lass uns sprechen mit einem anderen. Wohin? Zum Restaurant? Ach nee, miteinander. Der Bunch war auf den Mora. Es sind sehr verwirr. Die Neukomers sind sehr wundervoll. Drinz in Leueh-Harbern, oder? Eine Geschichte von Koffer. Ich warte, dass sie auf die Erdächtung gehen. Schön, dass es heute regiert hat. Das bedeutet, dass sie die Handeln schnäuern. Ich warte, dass sie sich so schnell geben würden. Aber wir gehen sie und versuchen unsere Glück. Wir gehen. Ich bin unterwegs. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Die können ja überall sein, hier. Okay. Mal schauen, was wir hier finden. Da blinkt schon was. Hier scheint es Anzeichen zu geben, dass ein Kampf stattgefunden hat, aber es ist nicht offensichtlich. Es scheint professionell gehandhabt worden zu sein. Wer könnte das getan haben? Da ist noch was. Ein frischer Obstkern wurde in einem Laubhaufen gefunden. Das deutet darauf hin, dass vor nicht allzu langer Zeit jemand hier war, aber es ist schwer, Hinweise zu finden. Was waren die anderen zwei waren drin, ne? Ein Bambusmatte hat Streifen in die Erde gedrückt. Es scheint so, als ob hier jemand geschlafen hatte. Aber die Bambusmatte, die hier anscheinend gelegen hat, ist verschwunden. Okay. Warme Asche hier wurde vor nicht allzu langer Zeit und es ist verbrannt. Es ist schlecht. Warum? Warum warten wir sie zurück in der Blackcliffe Forge? Sie müssen zurückkommen, später oder später. Wir können das nicht beteiligen. Wir können das nicht beteiligen. Es ist sicher, dass sie hier basiert wurden. Aber es ist mysteriösslich abandone jetzt. Für mich, das sagt, dass jemand hinter dem 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 hinterher. Um das zu verabschiedeln, natürlich. Torn! Ich glaube, das ist das, wo eine Reise riecht. Okay. Ich nehme einen sehr milden Duft vor. Drachenkrab. Das ist eine Schnee. Aus einer Schnee. Aus einer Schnee? Genau. Die Beziehung wird bald aus der Wind. Das ist nichts, was wir mit jemandem arreste. Aber das ist alles, was ich brauche. Jetzt weiß ich, wer wir mit uns beschäftigen. Ich kann unser nächstes Mal planen. Frau Yehlan! Oh, danke dir, dass ich dich endlich gefunden habe. Ich dachte, dass ich dich nie wiedersehen würde. Um... Wer bist du? Nein? Das ist U Pei. Er ist Wen Yuen und Xiong Hwa. Er hat sie doch drei. Jetzt bin ich gespannt. Ja. 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 Okay. Okay. Interessant. Dann habe ich mich gefragt, wie das noch wunderschöne Fisch-Soup kam. Fisch-Soup? Oder was Fisch-Soup? Nichts. Unsere Priorität ist jetzt, um ein Weg zu finden, um unsere Hände auf etwas solide Beispiele zu finden. Hat der Typ sogar unseren Onkel Thier vergiftet? Oder schwächer gemacht? Welch? Any suggestions? Sie überwachen lassen. Sie auf frischer Tat als haben, wenn sie Kontakt aufnehmen. Hm. Nicht eine schlechte Idee. U Pei? Was denkst du? Was denkst du? Honestlich, ich habe bereits versucht, zu folgen der Beispiele. Aber der Typ ist zu furchtbar. Er ist niemals mit jemandem wunderschöne. Okay. Also, die Beispiele ist weg. Was? Nein. Wir brauchen ihn noch immer noch. Aber zuerst müssen wir etwas Grundwerk machen. Grundwerk? Wenn du seit langem in der Intelligenz gearbeitet hast, wirst du verstehen, dass niemand immer auf hohen alert bleiben kann. Besonders, wenn er denkt, dass er zu gewinnen wird. Am Morgen werde ich seine Beispiele an Ihren Hohai-Pavillionen erwähnen. Geht zu seinen verräterischen Kumpels her. Du wirst sicher auf Zeit kommen. Du wirst nicht die Show missen. Let's go. Ich muss erst kurz heilen. Neun bis elf. Zack. Zum Morgen früh. Das ist immer noch heute. Ich will den ganzen Tag pennen. Nur damit ihr hier schneller machen könnt. Let's go. Du wirst es bleiben. Los geht's. Die gute Ausdauer muss sich regenerieren. Nach regenerieren. So. Jetzt sagen wir, der Typ hat gewonnen, und dann geht er zu seinen Kumpels. Sieht aus, dass wir alle hier sind. Dann. Okay, dann. Es ist Zeit für mich zu erwähnen, die Ergebnisse der Prozess des Bewertungsprozess. Ich werde nicht dröhnen über die wichtigste Rolle des Tianshu. Es ist wichtig, dass mein Herr Tien mich mit der sehr wichtigste Aufgabe der Bewertung des Bewertungsprozess. Und jetzt kommt es mir an, um ihm eine verantwortliche Antwort zu geben. Alle von uns hier wissen die Bewertung. Keine Ahnung, einfach mit ihm. Chienwei hat viele Pionierende Ideen. Aber einige von seinen Plänen sind in Detail. Und er wird schnell in den Testen mit anderen Leuten kommen. Mingbo ist rechtfertigend, aber nicht ziemlich ambitierend. Und wegen seiner Persönlichkeit, er kämpft, um Menschen zu gewinnen. In contraste, Jiu-Yi ist rechtfertigend durch die Bewertung. Und er hat eine sehr gute Reputation in Miuwe. Sie. Nachdem ich sehr viel Bewertung habe, habe ich entschieden, um Jiu-Yi zu den Lü-Yi-Chi-Shing. Oh, was? Oh. Oh. Congratulations. Oh, Mingbo. Danke. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, zu hören, dass mein Name wurde bezeichnet. In meiner Meinung nach, alle drei von uns sind die Bewertung für die Position des Tianshu. Als Ihr Competitor, ich bin keenly aware, von Ihren großartigen Talenten. Wird either of you entertain the possibility of working with me in the future, und taking on some of my workload? I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind. As long as I can help. Okay, well, that's all from me. Jiu-Yi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make uncle Tian proud. Jetzt bin ich gespannt. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Jiu-Yi seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey Traveller, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, uh, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here we won't be able to leave. Follow him. Yes ma'am. We finally got rid of them. Lady Yelan, jury has gone towards Feiyun's slope. Follow him, quickly. Jetzt bin ich gespannt. Jiu-Yi, are you really excited with the Fatui? But Uncle Tien thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say. But everything should become a lot clearer when we find him. Hey. Achso. Achso. Ich dachte schon. Das irgendwo weit weg ist, aber das gleich hier, ne? Ist er in die Nordbahn gegangen? Nee. I'm sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's sportness? I guess Jiu-Yi didn't let us guard down. Still as vigilant as ever. No, U Pei says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. What? How? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tell Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinye Kiosk. He only went in briefly. U Pei and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. U Pei had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then. But without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped, U Pei, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinye Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. But he is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Shinye Kiosk. Good work. Good work. Good work. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough. But didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Wo gehen wir jetzt hin? Where to? Shigu Antiques. Jetzt bin ich gespannt. Hey, Miss Minlong. Sorry to bother you. Jury ordered a wineware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had... Sure. Which model are you looking for? Um, we don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jury's choice. Would you be able to show us the one he bought? Jetzt bin ich gespannt. Jury picked up a set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Jury has taken one, I'm afraid. It may encourage the price to go up a little. Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Jury's wineware set include wine glasses or...? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is one glass. Maximum is four. Mr. Jury, but... Two. Okay. Okay. Thanks, Lean Mom. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. Alright. See you next time. This is turning into a real headache. Yeah, man. And Yelan is always more complicated and more complicated. Explain what you're doing. I'd just like to point out that we have the self-professed Grandmaster of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? I... uh... Their point. Yeelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jury went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinyue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jury isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone by a pair of special wine glasses. Now, this is a victory feast. Held in honor of Jury's private sponsor. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Noten... Bankenordner, wie's heist. Hmm... Should be either the Snezhnaian Embassy or the Northland Bank. Okay, now. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yeelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jury may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Jury bought that liquor for and followed them instead! But Lady Yeelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. Eh, here you go. I'm well aware. But don't you see? Jury is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders. And make sure we're covering all other bases, too. Anywhere else Jury might be going. I want eyes on those locations. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yeelan. Jury may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yanshang Tea House. Let's go. Wo ist ein schönes Teehaus? Chillen wir da oben erstmal, ne Runde. Wobei geht's gleich los. Perfect timing. Wen Yuen just sent word, that Fatui Ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Ching Shupul. Ching Shupul? That's the place Jury mentioned in his manifesto. Ja. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice. I'll give them that. Ching Shupul is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Oh, no. We gotta go get them. Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. Ooh. Bin ich gespannt, wie wir da hinkommen. This is Ching Shupul. Full of ruins. Crawling with monsters. Anyone with any sense is well clear of this place. No worries. No worries. I've looked into the place before. There's a workers entrance somewhere around here. Follow me. Erstmal holen wir das da. Hey. Guter Strophe. Geht doch. Jetzt muss ich gucken, wo muss man hin. Ja, fangen wir da unten an. Oh. Oh. Wo soll die uns vererst... Den Call-Up ist hier. Sehr schön. Ich krieg mal hin. So ist es aus. Wir reichen. Rein da. Walscher Knopf. Hey. Hey. Gehto. Heidem ein bisschen. Sehr schön. Gehto. Gehto. Aber trotzdem nichts. Da ist der. Ja. Fatui. Müssen wir jetzt ein bisschen Rätsel machen. Gehto. 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 zum beispiel schon dauern es war easy geht doch zu Sehr schön. Da unten ist nix. Ich check's nicht. Wo gehen wir hin? Kommt her. Mache ich alle put. Geht doch. Ah, einer weg. Hä, verschießt ihr die ganze Zeit? Ja. 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 und furcht das war und nix hier ist sich nicht bewegen das war Katastrophe. So. Ah, jetzt kann ich's bewegen, endlich. Jetzt hab ich's verstanden. Die Roten müssen da rein, ne? Der Rote aufs Rote. Easy. Der Rote aufs Rote. Der Rote aufs Rote. Der Rote ist open. Harte Stück Arbeit. Aber geschafft. Noch ein Bossmonster hier. Komm her. Komm her. Komm mal, ihn kaputt. So. Katastrophe. Bist sicher. Komm her. Bottoms up. After you, of course. Sorry. That went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass. The arme. I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher soup. I've never thought. Come on. Another round. Less talking. More drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine. But you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison and this process even makes the soup tastier as a result. How? It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tian. Alter, the tip. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tian Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. How do you say it? How do you say it? Tiefe Wasser...? Ne. Stilles Wasser sind tief so rum. Besonders von Chingshu Pool, haben wir auch noch andere Reaktionen für dich, die wir euch informieren in Ducor. Keine Worte, welche Aufgaben du hast für mich, werde ich sie einzigartig machen. Hast du das gehört? Das war Pfeil! Das ist, dass Uncle Tian noch nicht gut fühlt. Das ist alles, was die Jürge macht. Was ein dummer Mann! Seid ihn! Warte, hast du eine Kamera gebracht? Ja. Wenn nicht, kannst du meine. Das ist ziemlich eine Szene. Wir müssen sie für die Posterität herausfinden. Ah, ein guter Licker. Wir haben, äh, keine Progresse auf der Diplomatischen Fronten gesehen, und jeder hat sich auf den Schmuck von Chingshu Pool geschaut. Das war eine wirkliche Schmuck für mich. Aber bald wird alles beherren. Und ich kann zurückkommen auf eine erfolgreiche Mission. Danke, Jürge. Danke, danke, danke. Ich erinnere mich, als ich zuerst gesehen habe. Ich wusste direkt, dass du für uns ein guter Partner machen würdest. Hey! Siehst du noch nicht, was ich zu dir gesagt habe? Wie kann ich mich vergessen? Du sagst, ein schmucker Kommander wie ich, kann niemals sein, als ein sehr starker Kandidat für die Tianshu, egal wie schwer ich arbeite. Der einzige Weg ist, dass Sie sich in der Tien-Chu blühen in der Tien-Chu ist. Ich glaube, Sie waren absolut richtig. Ja, unter normalen Regeln, die zwischen Ihnen und anderen könnte nur noch weiter werden können. Mal sehen Sie, Ihre zwei Komponenten. Chen Wei hatte Wealth. Ming Boa hatte Reputation. Aber Sie? Sie hatten nichts. Sie waren nur noch kein Mensch. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass Sie dir helfen. Ja, es gibt ein altes Wort in der Fatui. Dämmt einem sterben Kogel einen Kogel, und sie schütztet ihr Haus für den restlichen Leben. aber die moral deine seele die wird leiden und dann die w 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 Wie geht's das? Uncle Gao sagte, dass Jure E. hat low self-esteem. Es scheint, dass er richtig war. Er hatte Angst, dass welche Vorteile er jetzt hat, wird sich über die Zeit reduzieren. Also, Fatui hat ihn versuchte, dass er actuell sein sollte. Hast du noch mehr Filme in der Kamera? Dann bereitst du es zu benutzen. Tonight's Grand Finale sollte jetzt kommen. Wie gut geht das für uns? Es handelt auf wie Jure E. Er legt seine Hand. Oh, ist es noch mehr Alkohol? Hm, geht's, fülle mich auf. Ich bin in einem guten Mood heute. Und ich trinke mein Filme. Mache sicher, mich sicher nach Hause nach Hause. Es ist nur ein wenig left. Hier, ich fülle dein Glas. Wenn du es magst, ich kann dir noch mehr bringen. Die selbst zu bereiten. Oh, hoho, das ist das gute. Es ist groß. Jusupov, ich glaub du wurdest vergiftet. Ja? Jep. Das ist richtig eiskalt geworden, hör. Ja. 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 Du imbecile! Es ist die Fatui, die dich nach wo du bist! Entstehst du das? Wenn ich mit keinem Erklärung schliere, die imbecile kommt nach dir! Sie kommen zu dem Boden! Mach meine Worte! Siehst du das Heistack in der Körner? Unter dem ist ein Pfeil von Explosiven. Und neben der Dörren in der Dark Room sind die drei Untercover-Agenten, die du hast, um die Black Cliff Forge infiltraten. Hat das ja alle ausgeschaltet. Die Dörren in der Dörren werden, als die Wahrheit sich plötzlich herausfinden. Die Fatui planten Untercover-Agenten in der Black Cliff Forge um ihre ZD-erren-Signature-Ruin-Grade Explosives zu holen. Der Plan war, um die ZD-erren-Floor-Til in der Nacht zu holen, und zu holen der Körner von der Kinshu Pool. Aber Dinge nicht ganz zu planen. Fehler wurden gemacht, die auf die schrecklichen Todes der gesamten Körner. Bevor die überwältigenden Beispiele sind, die Embassy wird das nicht weiterentwickeln. In Wahrheit werden sie nur zu glücklich, das alles auf eine rogliche Operation von dir verantworten. Aber wir haben ein Foto parat und machen. Piep, 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 tschak, 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 tschak. Es erklärt, warum du alleine schaffst. Während der Rest der Embassy von irgendeiner Verpflichtung. Natürlich hat das nichts mit mir zu tun. Wenn alles an meine Augen kommt, habe ich Angst, dass ich keine Wahl habe, aber den Kinshu-Pool-Redevelopungsplan sofort. Geri, glaubst du wirklich, dass du damit wegschraubst? Die Fatui hat alles ein Rekord. Das betrifft die Zutaten, alle Interaktionen zwischen uns, sogar meine Reaktion hier heute Abend. Nachdem ich sterbe, sie kommen zu schauen, und sie kommen zu dem Boden. Ein Rekord? Oh, Du musst sagen, der in der Hand von deinem Zweckigen in Ordnung, Theophon. Jetzt bin ich gespannt. Wie, wie du das wissen? Weil, wenn du mich kontaktiert hast, habe ich auch Kontakt mit deinem Freundschaften. Ich habe Theophon, das zu bedanken, für mich mit dem Zutaten, die ich auf dich heute benutze. Er wird mir helfen, um alle die lege Zutaten. Nachher, deine Ungewichtbarkeit kommt mit ein paar Zutaten für ihn. er hat jetzt schon lange lange gehalten, Eis kalt. Das Traitor! Jorji, 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 Sch, 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 Sch. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Jetzt kommt so ein Wasserstrahl. Easy. Ich habe ein bisschen auf der Weg hier und habe gesehen, dass du dir drei Reaktionen in der Lage bist, in der Dinge gehen. Ich habe sie alle entzüren. Wenn du denkst, versuchen etwas zu versuchen, schau dir die Herausforderung. Das Spiel ist auf. Wir waren hier der ganze Zeit und haben Bilder von allem. Sie kamen ziemlich gut. Willst du sie sehen? Das Spiel ist auf. Entschuldige mich, ich bin nicht ganz sicher, was du anstattest, Miss Yelon. Der ist abgefahren, der Zug. Sorry, Kumpel. Ich habe hier eine Fethui-Operation gefunden. Also habe ich sie aufgrund des Prätextes, dass sie die Forces zusammenfassen und dann habe ich sie von innen gebracht. Wenn es dich entspricht, Miss Yelon, wäre ich nur zu glücklich, dass du mich zusammenfassen in dieser Sache zu haben. Das ist, wie du es spielst, oder? Okay. Du machst das. Alles, was wir tun tun, um dich zu verhindern, ist zu bestätigen, dass der Wunsch in seinem System ist das gleiche wie ein Uncle Tian. Oh-oh. Hmm. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Time to go. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelon. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name and that much I can still guarantee. Du hast aber dich mit Onkel Tian angelegt, das war zu viel. Your point being. When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. Nope. I don't deny that I used underhanded methods to get here. but given my lowly origins, what other choice did I have? Hm. You still don't get it, do you? Even now. What do you think? 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 Jerry, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other peoples respect, but when has uncle Tian ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. Yep. That's enough. I... Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tian was always going to give you this opportunity. even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for one second. That's enough. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once. Desperate to prove myself. Only later did I realize, things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. And still everything is wrong. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Hehehe. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. Yep. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Hm? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yanshan Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Liegen da nicht noch drei Leichen irgendwo? Need our help with that? No. It could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Sei vorsichtig. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Wunderschön. Soll's Sprengstoff sein drin. Leichen auch noch, eh? Einfach nichts. Ich seh keine Leichen, ich seh keinen Sprengstoff, nichts. Eine Lüge. Und da bin ich gekommen, oder? Na ja. Habe ich mehr gehofft. 8 Uhr am nächsten Tag. Perfekt. Ist doch. Hallo! Es gibt keine Züge in seinem System. Aber die Rückkehr von den Schrauben, die bereits gemacht werden, wird nicht passieren. Schick. es geht schwer wenn du denkst der junge den du es abter so gesehen hat dich vergiftet hat und dann ist man immer mega scheiße drauf oder das programmiert sich aufzuregen keine Angst, ich werde. Vielen Dank. Ah, du bist auch hier? Vielen Dank für alles, was du gemacht hast, um diese Situation zu lösen. Ja, die Verzüge hat sich nicht mehr. Ja, die Verzüge hat sich geliebt. Mein Geist wird immer wieder klarer. Das war's. Es sieht aus, dass sich die Tien-Shu nicht so sehr wichtig ist. Hey, Yei-Lang! Ich habe die Arbeit geöffnet, also dachte ich, dass ich einen Moment für mich hier verraten kann. Die Verzüge hat einen Schluss, hier, Herr Tien. In meiner Meinung nach, die Verzüge ist nicht möglich für die Position. Aber Chen Wei und Ming-Wu haben beide Potenzial. Du hast meine Gratitude. Ah, Leute können ihre Leidenschaft schnell verraten. Ich habe immer noch das gewusst. Aber wenn es passiert ist, ist es immer noch eine riesige Erfahrung. Ja, meine. Ja. 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 Gehirnie. Ja. Genere Vince Klebe. Ich muss nichts mehr erzählen. um ihn sicher zu halten, um ihn sicher zu sein, was die Fatui vielleicht zu planen. Adil? Das hat das mit dem, was du zu ihm gesagt hast, als du ihn verabschiedest hast? Ja, der Jury ist nicht derjenige, der ich mich interessiert. Wenn er so weit wie das geht, hätte ich den Fall von meinen Subordnissen gegeben, so schnell wie ich es wusste. Aber als die Fatui verabschiede wurde, Dinge wurden viel mehr interessiert. Ich dachte, dass ich vielleicht eine Chance habe, einen großen Fisch zu holen. Oh, ein Habitur. Ja, hast du? Almost. Keine Ahnung, er hat es aus den Hügel in den letzten Sekunden gewonnen. Uncle Tien, Nei-Wan, was du sprachst? Pai Man versteht nicht. Jury verabschiede mit Fatui, um zu versuchen, die Position des Tien-Shu. Oder, um es andersrum zu machen, hat Fatui versucht, um zu interferieren in der Tien-Shu-Selektion. Ja. Mit Yusupov in unseren Händen und einem Statement von Jury, können wir mit einer diplomatischen Offensive weitergehen. Außerdem können wir auch Kontrollen von Theophon, Yusupovs 2. in der Hand. Dann hätten wir ein Paun in den Ranks der Fatui. Lauter Spione, überall. Paunen wie dieses können große Asset sein. Sie öffnen alle verschiedene neue Optionen. Du hast das schon die ganze Zeit geplant? Warum glaubst du, dass ich so viel Zeit und Effort in dieses Fall investiert habe? Also, okay. Also, hast du dein Plan geschafft? Wir sind in der Halbzeit. Wir sind in der Halbzeit. Die erste Teil war ohne eine Hitsch. Und wir haben alle Informationen zu Frau Ningguang. Aber wenn wir versucht, um zu treffen mit Theophon, er ist weg. Mit dem Hintern. Die Fatui müssen wir auf uns beurteilen. Otherwise, sie können nicht so schnell reagieren. Ich weiß, von anderen Städten, dass der Halbzeit, Regretor, er hat sich involviert. Der Halbzeit der Halbzeit ist nicht konzentriert hier. Regretor war nur das als eine berufliche Frage. Es ist ein Schmerz, dass Theophon weg ist. Aber wissen, welche Halbzeit sind immer noch auf Leuwe, ist etwas. Es gibt mir einen Startpunkt für meine nächste Mission. Ich muss mich fragen, Yelan. Hast du einen Geist, um die Position von Tianshu selbst zu nehmen? Ich erinnere mich, dass du ein paar Tage vorhin gezeigt hast. In meiner Meinung nach, bist du mehr als kompetent. Oh, das. Ich war sicherlich verrückt. Ich liebe meine heutige Leben. Es gibt Gefahr, und es ist Entzündung. Obwohl es noch ein Teil der Schmerzen zu sein wäre, als Tianshu, ich hätte nicht die Chance, zu involviert werden, in etwas wirklich klandestines, oder auf einen wirklichen Gefahr. Alles klar, ich bin fertig. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich gehe wieder in ein paar Tage, und ich muss noch etwas vorbereiten. Katastrophen. Ich bin sicher, wenn du weitergehen kannst, wie du bist, du dich immer immer in andere Menschen und die ganze Zeit involviert bist, du bist sicher, in einer anderen Schmerzen zu kommen, bevor zu lange. Vielleicht, ich werde dich nächste Mal sehen, Danger beckens. Bis dann, behalte dich über dich. Viele Leute schauen dich, für viele Gründe. Kein Problem. Juckt mich nicht. Dürfen wir jetzt Tianshu, wie heißt's? Schachmatt. Jetzt haben wir 300, ja, knapp über 1,6. Die ersten 10 sind schon mal drin. Über Chill. Ja, ein großes Schlachtspiel. Ja, ein großes Schlachtspiel. Ja, ein großes Schlachtspiel. Ja, ein großes Schlachtspiel. Aber du kannst es nicht deinem Meister sein. Also, nicht gegen die Flüchtlinge und Lachen. Vielmehr, fokuss auf die Richtung, in die dein Herz dir führt. Und weiter geht's. Anckel Tien, wenn du redest, schließt ja fast ein. Was würdest du wissen? Oh, Pantalone. Über Jelan. Gut. Du kennst die Strecke, Quand sie sehr jung macht. Sie sind sehr schwer. Und sie hält ihren Karten bis zu ihren Chinen. Ein ofter Freund von mir hat mich zu mir plassiert. Sie hat immer Ich hab immer schon aufgezogen. Sie ist, aber nicht mit ihren Augen. Sie ist eine sehr gefährliche Person. Das ist sie. Vertraut sie uns? Weiß ich nicht. Kann sein. Den haben wir noch gar nicht getroffen, glaube ich. Nicht schlecht. Aber den nächsten Tien-Sche. Wie Jelon sagt, jetzt dass ich auf dem Weg bin, muss ich noch ein paar Jahre arbeiten müssen. Sie. Shi. Sie. da haben wir nichts gemacht ja die legend noch trage dauernd ewig jetzt schon wieder noch unter der woche später da wird es mit dem trainieren immer und mit dem material sammeln immer hat ja da wird immer hat aber wir haben so jetzt noch mehr geschafft ab hier fangen die sumero charaktere an also bei mir und hier schon wieder von tain sind schon ziemlich weit gekommen krass 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 auf jeden fall wir noch einiges zu tun und besiegt schwingen dauert sie noch knapp unsere zwei wochen haben wir noch ein bisschen zeit könnten wir noch 10 20 ziehungen schaffen zu sammeln ich denke auch das kriegt man alles hin auf jeden fall sage ich leute dann bist du schon hier war roby von rnr production und das war gestern impact part 140 glaube ich mal jetzt bin ich mir gerade gar nicht so sicher und subscribe kommentiert und like und bis zum nächsten bei 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 und ciao